Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, heute spielen wir wieder Ninja Legends und ja Leute, heute dachte ich mal, da ich noch ein paar Pads hier übrig habe und in ca. 10 Stunden und 30 Minuten das neue Update eigentlich kommen sollte, werde ich nochmal ein paar Pads an ein paar Leute geben. Und zwar werde ich die mal versuchen zu verarschen, das heißt, was heißt verarschen, ich werde sie fragen, kriege ich von dir ein Pad und wenn sie mir dann ein Pad geben, egal wie gut es ist, auch wenn es das schlechteste Pad im Game ist Leute, dann werde ich dieser Person 2 von diesen Dingern hier geben und ja, außerdem werde ich von den Dingern jetzt diese Folge mal 12 Stück in den Kommentaren verlosen. Schreib einfach einen netten Kommentar mit deinem Roblox Namen, like dieses Video Leute, schaff mir die 1000 Likes und wie gesagt, falls du 1 von 12 dieser Pads gewinnen willst, dann abonnier auch den Kanal, aktive die Glocke und teile am besten auch noch dieses Video, das würde mich sehr sehr freuen, wenn du dieses Video hier mit deinen Freunden teilen könntest. Vielleicht könnt ihr dann ja 1 davon gewinnen und dann könnt ihr euch das ja irgendwie teilen oder sowas. So Leute, dann starten wir mal mit dem Video und ja, dann kann ich natürlich nicht so rumlaufen, erstmal brauche ich den Rookie-Rang oder damit ich nicht ganz als Noob rüberkomme, hole ich mir mal den Grass-Super, weil Rookie wäre schon ein bisschen, holen wir uns einfach den Grass-Super, bam, so jetzt sind wir, Grass-Super steht jetzt über uns und wir haben jetzt hier diese kleine, leichte Aura. Boah, wir sind natürlich noch dermaßen schnell, dagegen kann ich aber nichts machen, aber das checken die meisten Leute eh nicht. Haben wir ja im letzten Video schon gesehen, Leute, wir haben schon mal ein Video hier von hochgeladen. So Leute, jetzt müssen wir natürlich noch einen anderen Skin holen und das Ganze machen wir jetzt. So Leute, dafür habe ich jetzt einfach hier das genommen, das ist so dieser typische Noob-Skin, äh, gehen wir jetzt damit wieder in eine richtige Ninja-Legend-Solo rein, drücken wir einfach hier auf Spielen, bam. So, dann sind wir ja auch schon hier drin und dann müssen wir schnell noch unsere Pads anequipfen, damit niemand hier natürlich sieht, das darf ja niemand fahren, Leute. Jetzt müssen wir noch ganz schnell das hier verkaufen, bam, damit wir auch im Leaderboard ganz, ganz unten sind. Äh, so, hier sehen wir auf jeden Fall schon mal Leute und ich will auf jeden Fall die Pads von den anderen Leuten sehen, damit ich sehen kann, wen kann ich hier fragen. Okay, hier der Typ, machen wir kurze Duelle aus, ich schreibe ihm mal, oh Leute, das sind alles, das sind alles Deutsche, äh, die kennen mich doch locker. Suchen wir eine neue Lobby, weil die kennen mich safe. Leute, hier sind auch nur Deutsche drin, was ist denn hier los, das Ninja-Legend-Solo ist jetzt deutsch geworden. Naja, dann gehen wir halt in die nächste Lobby. So Leute, da haben wir eine englische Lobby, ich habe jetzt eine englische genommen, weil die mich dann im Normalfall nicht kennen sollten, weil die Deutschen, da kennen mich schon die meisten von euch, äh, wisst ihr ja, ich bin ja kein kleiner YouTuber mehr und ja, hauen wir mal an diesen Typ hier. Hey, kannst du, kannst du mir ein Pet geben? Traden wir ihn ganz normal, vielleicht gibt er uns ja ein Pet, vielleicht auch nicht. Dann schicken wir, ich habe einen Plan, schicken wir ihm einfach der ganze Lobby einen Trade. Ähm, so, jetzt haben wir einfach allen einen Trade geschickt und einer hat angenommen. Can you give me a pet, please? A bad one is okay. Oh Leute, er gibt uns tatsächlich einen Infinity Lord. Gibt er uns das? Drücken wir mal auf Accept. Wenn er uns das jetzt gibt, dann kriegt er zwei hiervon zurück. Oh nein, er will nicht. A bad one is okay. Okay, er gibt uns schon mal hier etwas. So, wenn er uns das jetzt gibt, dann kriegt er hier zwei hiervon. So, Dankeschön. Ähm, okay, trade me again. Ich schreibe, ähm, ich schreibe ihm, trade mich nochmal an. Das war hier der, wie hieß er, der, so, geben wir ihm jetzt hier zwei hiervon. Zack, bam und boom. Kriegt er hier, so, Trade Accepted. Viel Spaß damit. Äh, dann schicken wir nochmal einfach allen Trades. Außer ihm natürlich. Das hat gerade eigentlich ziemlich gut geklappt. So, klicken wir hier. Zack, zack, schicken wir allen. Okay, da hat uns einer angegeben. Okay, wir müssen jetzt eigentlich die Lobby wechseln. Er will uns direkt Infinity Lord. Will der uns die geben? Will der uns die geben? Dann sie haben wir gegeben. Was ist eine Ehre, Mann? Warum kommen hier so viele Trades auf einmal rein? Was will der jetzt? Ah, der will uns ein Pad geben. Gebt ihr uns das? Der Sparky. Das ist zwar kein krasses Pad, aber ich habe gesagt, egal welches Pad, Leute, egal welches Pad, die kriegen dann Pads zurück. Der Sparky. So, wo ist denn der? Wo ist denn der Sparky? Hier ist er. So, geben wir ihm jetzt hier zwei Infinity Lords. Bam. Und ja. So, jetzt muss er nur noch Wechsel drücken. Da hat er Accepted. Ähm. So, da kommen die ganzen Trades rein, Leute. Ich glaube, sie haben mittlerweile geblickt, dass ich keine schlechten Pads habe. Wechseln wir nochmal die Lobby. Okay, Leute, auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich mache mal wieder an, dass ich die Pads von den anderen Spielern sehe. Hier läuft ein Pro rum. Wer braucht die ganzen Pads gar nicht mehr? Wen haben wir hier? Der hat selber keine Pads, glaube ich. Und hier haben wir einen Master Legend Sensei Hunter. Und der hat hier ein paar Pads. Der hat auch die besten. Give me a Pad. Er ist hier abgehauen. Ich habe ja mal keine Give me a Pad. Kannst du mir ein Pad geben? Traden wir ihn mal, Leute. Traden wir ihn mal. Wo ist denn der Amine? Mal schauen, Leute, ob er den Trade annimmt oder halt ablehnt. Schauen wir mal. Hier hat uns jemanden ein Trade geschickt. Nehmen wir das Ganze mal an. Oh, der will uns tatsächlich in... Geht das auch in den Infinity Lords? Leute, drücken wir mal auf Accept. So, eine Mech. Dankeschön. So, Leute, traden wir ihn Ganze nochmal. Äh, thanks, trade me back. So, Leute, bam, bam. Und zack. Hier, kriegst du zwei Pads. Dafür, dass du mir geholfen hast. Weil, Leute, wenn ihr jetzt wirklich auf dem Grasshopper an seid, dann wäre dieses Pad hier, dieses Pad, was er uns gerade gegeben hat. Wo ist es? Dieses Pad hier wäre richtig overpowered. Ihr seht, das ist fast so gut wie das hier. Und das hier wäre richtig overpowered schon gewesen, eigentlich. Ähm, mal schauen, wen kann man da noch fragen? So, schauen wir mal hier ein bisschen. Rennen wir mal hier ein bisschen durch die Lobby durch, Leute. Und suchen mal nach Leuten. Oder wir können eigentlich auch die Lobby wechseln. Leute, außerdem, ich wollte euch mal sagen, ihr könnt gerne mal in einer Roblox-Gruppe beitreten. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr kostenlos beitreten, falls ihr einen Roblox-Account habt. Außerdem könnt ihr mir auch auf Roblox folgen. Dafür gebt ihr einfach meinen Namen ein. Oder guckt einmal die Beschreibung, Leute. Wir haben die 10.000 Follower einfach geknackt. Und ja, das ist richtig krass. Ähm, dann dringt ihr einfach hier auf diese drei Punkte. Und dann auf Folgen. Bei mir steht das jetzt natürlich nicht da, weil ich kann mir ja nicht selber folgen. Aber Leute, wenn ihr in meiner Roblox-Gruppe drin seid, wo ihr halt dann kostenlos rein könnt, auch in der Beschreibung verlinkt. Oder einfach hier bei Suche Jojo Army suchen. Könnt ihr auch gerne in den Store reingehen. Und im Store gibt es halt ein paar coole Sachen, die ihr euch holen könnt. Shirts, Hosen oder auch das Donate Big oder das Donate-Shirt. Und wenn ihr euch das Donator oder das Donator Big-Shirt holt, kriegt ihr jetzt sogar die Donator oder die Donator Big-Rolle. Und könnt ihr mit mir sogar in dem Chat schreiben, wo ich jetzt dann natürlich auch mal antworten werde. Perfekt, Leute. Da habe ich es geantwortet. Und ja, schaut in den Store vorbei. Join my Roblox-Gruppe, folgt mir auf Roblox und joint auch meinem Discord-Server. Auch Link in der Videobeschreibung. Ist das der hier? Der tradet uns. Er will uns das geben. Will er uns das geben? Wenn ja. Gebt ihr uns das? Er hat uns... Oh mein Gott, Leute. Er hat uns... Der hatte das Pad gerade noch equipped. Der hat das gerade für uns weggegeben. Er hat gerade sein Pad weggegeben. So, Leute. Der kriegt jetzt... Der kriegt sogar drei hiervon. Komm. Komm, das kann er mir jetzt auch geben. Ja, Leute. Da hat er direkt zugeschlagen. Jetzt hat er zwar kein Pad mehr, aber wir haben ihm ja gerade drei gegeben. Der hat uns nämlich gerade sein... Also das Pad, was er selber braucht, hat er uns gerade gegeben. Ich glaube, das ist jetzt glücklich. Der Master Ninja hier. Ja, der ist jetzt glücklich. So, lachen wir mal. Ja, der... Der hat jetzt seinen Spaß. So, Leute. Was ist mit dem hier los? Der wollte hier gerade den Typen verprügeln. Laufen wir mal hier nochmal ein bisschen rum. Wobei, wechseln wir noch einmal die Lobby. Ich weiß nicht, ob das euch Spaß beim Zugucken macht, aber mir macht das auf jeden Fall Spaß, irgendwelche Leute halt nach Pads zu fragen und wenn sie nett sind, ein Pad zurückzugeben. Wie gesagt, Leute. Ich verlose, wie gesagt, auch hier zwölf Stück davon in den Kommentaren an euch, weil ich will euch natürlich auch was geben. Streamen auch ein paar Mal und dann verlose ich auch Pads an euch. Das heißt, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um keine Streams mehr zu verpassen. Außerdem, Leute, ich habe jetzt ein neues Outro. Ich habe es im letzten Video schon mal eingeblendet. Das ist ein Teil vom 50.000 Abonnenten-Special. Da kommt noch einiges auf euch zu und da verlosen wir auch hier so ein Pack. Das nächste dann natürlich nicht das hier. Das hier würde sich jetzt absolut nicht mehr lohnen. Ich bin auf jeden Fall schon mal ziemlich gespannt auf das Update, was kommen wird, weil eigentlich müsste ja 1 in 10 Stunden kommen, weil ich hoffe echt, dass sie dieses Infinity Dojo reparieren, weil das ist ja echt... Momentan ist das so ein Schrott, Leute. Das ist so ein Schrott, dieses Infinity Dojo. So, Leute, wen haben wir denn hier? Hier, da haben wir meinen ersten, Leute. Dieser... Wer ist das? Der... Ist das der Mautzi? Ja, das ist der Mautzi. 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 Oder Mautzi von Pokémon. Wo ist er hin? Hey. Can you give me a pet? Frag diesen Typen hier mal. Schnell, Leute. Wir sind viel zu schnell. Er regiert anscheinend nicht. Ich frag mal den hier. Der schlägt uns. An seiner Stelle würde ich mich nicht schlagen, ja? Oh. Ähm. Ähm. Was war denn das? Schlägt uns einfach. Ups. Oh. Ähm. Habt ihr das gesehen? War da jemand? Da hab ich gerade meine... Leute, hier. Hey. Ihr müsst überlegen, Leute. Seine Pets sind echt schlecht. Und sollte er mich jetzt hier traden und mir einen Pet geben, dann wäre er direkt richtig overpowered. Schick mir immer einfach mal einen Trade. Mal schauen, ob er annimmt. Accept Trade. Er will uns einfach nicht traden. Wen haben wir denn hier noch? Der hat keine Pets. Doch, der hat Pets. Warum sind denn hier so viele mit schlechten Pets? Kann you give me a pet? Ähm. Ich hab ihn gerade gefragt, ob er uns ein Pet geben kann. Ein gutes oder ein schlechtes. Und dass es mir egal wäre, ob es jetzt gut oder schlecht ist, weil Hauptsache ich krieg ein Pet. Aber hier ist irgendwie niemand so richtig im Chat aktiv in der Lobby. Schick mir einfach mal allen einen Trade. Er hat er eben mal angenommen. Kann you give me a pet? So. Er will uns tatsächlich welche geben. Schauen wir mal, ob er uns hier gibt. Blue Key Co. Danke. So. Ähm. Schick mir ihm nochmal einen Trade. Trade. So, Leute. Jetzt geben wir ihm... Ja. Komm. Hier. Du hast zwar selber eins, aber hier. Kannst du es haben. Ja, ich wollte dir kostenlos geben. So. Kriegst du kostenlos hier. Zack. Perfekt. Ähm. Ja, Leute. Ich denke mal, das war dann auch genug. Wir haben ein paar Pets losgeworden. So, Leute. Morgen ist das neue Update. Ja, wahrscheinlich. Dann sind die Pets vielleicht wieder schlecht. Vielleicht sind sie immer noch gut. Weiß ich nicht. Ich denke mal, aber es werden neue Pets rauskommen. Die werde ich natürlich dann im nächsten Video auch in den Kommentaren verlosen. Und natürlich auch in Streams. Das heißt, falls ihr da aktuell bleiben wollt, abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke. Falls euch das Video irgendwie gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Schaffen wir die 1000 Likes. Wenn wir sagen, haut hier rein. Join mit meinem Discord-Server. Join mit meiner Roblox-Gruppe. Alle Links in der Videobeschreibung. Danke für 10.000 Roblox-Follower. Und ja. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.